so hallo leute und willkommen zu einer neuen minecraft map die wir spielen wer ich spiele hallo und zwar ist das lava jump eine minecraft adventure springen eigentlich für ein spiel ausgelegt die hat die auch schon mal angespielt bis zur hälfte hat er mir gesagt weiter bin ich hier kommt ich habe noch gar nicht gespielt erst mal jetzt und dann werden was das denn hier was hier in kekse kekse haben wir ganz viele und 16 uhren auch mit die für irgendwas egal das scheinbar nur ein kleines easter egg ich weiß es nicht kann man ich auch schon loslegen es gibt soweit ich schon gehört habe betten hier als checkpoints als ich nur so viel nur etwas bringt wenn es noch nacht wäre ich kann ja mal umstellen genau und dann bau dir ein bett weil ist halt ein einspieler map deswegen gibt es ja auch mal ein band ich brauche mir gleich aber hier ist ja eh der spawne können wir schon mal anfangen ich lauf schon mal los ist das ok für dich ja klar sehr gut so klang dann ach so ich muss ja erst mal game mode wieder ja und ja sind der map hier einfach schwierige sprungpassagen ja gut das ist noch nicht so schwer aber das war ein langer sprung hier und wenn man stirbt sonst fast vorne anfangen beziehungsweise vom checkpoint alter geh weg ja du helfe ich habe fast runtergefallen wegen dir nein oh nein oh nein die keks und die uhren alles weg eine keks ab ähm level 10 oder so hat er geschrieben gibt es auch passagen wo man laufen muss ne hier muss man das noch nicht hier kommt man auch so rüber wenn man denn sich gut anstellt bist du schon wieder losgelaufen ich bin schon hier hinten sehr gut download link zum help schick schreiben natürlich wieder in die beschreibung natürlich damit ihr euch mal auch mal eure künste zeigen könnt ja jetzt wärst du so überrascht du hast doch schon mal gespielt ja ich hab's doch wieder vergessen da kann man doch gar nicht ohne laufen rüber oder wo ah ok weil laufen darf man doch auch schon mal anfangen benutzen oder theoretisch ja kannst du ja machen oder ja ich mach's einfach hier noch nicht aber ach hier sind doch zwei betten ich glaub sonst sind immer nur einen ich stell mich auch grad ein bisschen blöd an muss ich sagen so lauf lauf soll ich noch viel warten oder konntest ja machen kannst du in der zwischenzeit einen witz erzählen oder so oh nein ein witz ja ja ich bin woanders gespawnt hä ja irgendwo auf sand da oben oder was ja da oben gespawnt runtergefallen ja wieso spawne ich denn hier oben wie komm ich denn hier runter ohne zu sterben da ist er oh gott ja und jetzt ist er so jetzt mal konzentrieren denn langsam wird es glaube ich öde für die Leute für mich und für dich und denn so schwer ist es hier eigentlich nicht wenn man sich ein bisschen Zeit lässt das ist ja ja wunderschön Ach, das ist ja kein Spoiler jetzt hier. Ja! Na, nein! Ah, nein! Das gibt's doch nicht! Ich bin doch der Profi eigentlich, was springen angeht. Ja, wir sagen, was da los ist. Julian ist doch der Noob, wieso schafft er das und ich verrecke hier. Hä? Das ist noch ne Frage. Das war ein Bug. Und ich spawn wieder hier oben. Oh man! Wo ist das Wasser, wo ich reinspringen kann? Auf der anderen Seite. Oh nein, knapp daneben ist auch verbunden. Deswegen spawne ich jetzt wieder unten. So! Ja, ich hoffe euch gefällt bis jetzt. Wir konnten auch schon sehr viel dieser Map zeigen. Ich geh schon mal schlafen, ne? Ja, kannst versuchen, ne? Da hinten bist du ja. Da hinten, ja, Mann. Hüpf! Hüpf! Sprung! 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 Hüpf! Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, ne? Eigentlich nicht, ne. Also, also echt nicht jetzt, ne? Und Eis. Scheiße. Ist das Glas oder ist das... Ja, das Glas. Oh, wie soll man denn auf Eis? Voll schwer, oder? Ist das schwer? Ne, das geht. Puh! Oh nein! Der ist scheiße, ja. Wie soll man das denn machen? Das geht aber auch. Ja, stimmt. Und... Endspurt. Ja... Ja, Mann! Ja! Ja, ja, ja! So, wo ist ein Bett hier? Komm ins Bett! Ey, ist noch nicht nacht? Achso, in ein paar Sekunden. Ja, komm! Achso. Na komm, jetzt ist Bettchen! Bläh! Das Gesicht. Hey, nicht? Passiert nichts. Doch jetzt. Okay, den ersten... Die ersten... Teil haben wir geschafft. Von, keine Ahnung, wie viel. Jetzt geht's weiter hier. Ach du Scheiße. Aaaaah! Passiert doch nichts, oder? Ne, wie nicht. Oh Gott! Aua! Ah! He! Ist die Kiste, achso. Ja, ich bin zwar geschwungen. Echt? Was war da drin? Oh, das ist... Ah, ich erzähl noch nichts. Ne, ne! Ne, ne! Ne, ne! Ne, ne! Oh Scheiße! Oh, oh, oh! Nein, ich bin noch tot! Ah! Ah! Gerade so geschafft, ey! Ich bin tot! Du bist tot! Du bist tot? Du bist tot? Du bist tot? Du bist tot! Aber kein Problem, ich bin eigentlich ja da. Ich hab gar nicht so viel geschafft. Nein! Was denn? Oh! Hüpf! Springen! Springen! Ins Wasser! Autsch! Weiter! Ich komm nicht runter! Ich hab nicht das Wasser getroffen! So viel kann man schon mal sagen! De, 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 de! Ich klettere empor! Springe! Springe! Und spring weiter! Ah! Oh mein Gott! Alter! Wie kürzlich! Nein! Ich bin in den Lava gesprungen, aber... Das hat mir nichts ausgemacht, denn ich bin danach direkt in Sasser gerutscht. Was? Darf er nicht runterfallen? Ja, kannst du ruhig, aber... Das sind Leiter, ne? Ja. Oh nein! Runtergefallen! Oh so, man muss dann ja nicht ganz zurück! Geh weg! Der Stehsprung hier ist kacke! Ne? Hier ist auch irgendwie... Fünf, sechs mal! Der ist irgendwie voll kacke! Ja, wenn man da gegen den Deckel springt, ne? Ja! Oh, hier ist mein Kart! Aber nur eins! Dann machen wir jetzt noch eins! Wie soll man das denn machen? Bis hast du mit dem... Laufen gemacht? Oder ohne? Ne, ich weiß nicht wie ganz normal! Also, ich hab bin soweit es geht nach vorne und dann... Ich hab's keine Chance! MääääääääääääääääääIK komm nicht rüber!! Oh, ist das dunkel noch! Mit laufen geht's auch nicht besser... Wus hälich? Soweit es geht rüber! Oh, ey! Ähm! OK! Es geht nicht! Es ist einfach nicht möglich! Es ist einfach nicht möglich. Wollen wir mal doppelt auf? Geht das? Das bringt nichts. Schon probiert. Das bringt doch was. Okay. So, was haben wir denn hier schön? Das ist ein Minecraft. Okay. Ist ja unten noch irgendwas? Nö. Nö, nur ne Kiste mit Cookies und... Cookies! Ja, dann fährst du und ich lauf hinterher. Okay. Geht nicht. Soll ich drücken? Oh, jetzt hast du es ver... Ui, in den Himmel! Nein. Schön. Nio, nio, nio. Oh, das war's. Ah, noch ein Minecraft. Part 2. Ich nur noch ein paar Kicksmall. Da geht's wieder runter. Ist das da drücken? Hier oben? Nö. Oder? Geh weg! Da lag auch noch mehr Minecraft. Schleller mit dem Minecraft als... Ja, normal, ne? Normal... Dann betten. Zwei Stück. Warum sind ja zwei Betten? Weiß es nicht. Wie war das nochmal? Timeset? Ups. Was? Was muss man nochmal machen? Ähm... Set... Time... Und dann... Irgendwie so... Ne, time, set... Aber... Achso, time, set... Und dann eine ganz... große Zahl... Irgendwie 6... Wie war das nicht? Minus? Minus, irgendwie... Genau. Minus 6000 oder so. Okay. Genau. Komm ins Bettchen, Schatz! So, ich muss erstmal Game Mode wieder... Game... Mode... Check... Julian... So, es geht... Hä? Oder eine Leiter... Oh nein... Ein paar Leiter... Nein! Hä? Hier ist ja... Bedrock. Ja, ne, das ist so ein ganz komisches... Ist das Bedrock? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, das ist so... Wie heißen das? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Oh Gott. Ist das Bedrock oder was? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist das voll dunkel. Muss man irgendwo hingucken. Naja, das ist... Durch diesen Stein, irgendwie... Anscheinend. Ne, das ist, weil es so tief ist. Das ist doch... Seit irgendeiner Version neu gemacht. Dass wenn man tief dunkel ist, dass... Automatisch dunkel... Äh... Wenn man tiefer ist, dass es dunkel ist. Müssen wir weitergehen? Sasser? Ja. Boah. Boah. Geht dann hoch wieder. Ich rutsche runter. Ein reines Jump'n'Run-Abenteuer hier. Auf jeden Fall. Super Mario Minecraft. Super Minecraft. Super. Ja, oder? Super... Ja. Ah... Kakteen... Ah! Aber ich find gar nichts versehen. Die stirbt man ja gar nicht. Wie lame. Ist das so gewollt? Wo stirbt man denn nicht? Ja, weil hier kein Lava ist. Darf man das ausmachen, das Feuer? Ist das so gewollt? Ne. Muss raufspringen. Oh nein. Oh, ich seh nichts. Aber ich seh nichts. Ja, aber ich seh nichts. Das ist ätzend, ne? Ja, das ist ein bisschen uncool. Ah, ich bin schon wieder runter. Wo geht's denn jetzt wieder hoch? Der diagonal... Da musst du rüber. Komplett wieder. Was ist denn hier? Siehst du meinen Namen irgendwo? Ne, ich seh nur dunkel... Hier ist Lava. Ich orientiere mich an der Lava. Ah genau, hier ist eine Leiter. Krass dunkel irgendwie, ne? Ja, ja, das ist echt uncool. Nein! Hä? Hört auf zu laufen. Das... So... Ich hoffe, ich bin doch richtig gegangen. Nicht, dass ich das jetzt... Ja, bist du. Oh, ficken. Oh, wo muss ich denn... Das ist so dunkel... Ah... Ja, der hätte halt keine Steine oder irgendwas hierhin gemacht, ne? Vor allem müsste die Lava das alles hell machen, aber macht's auch irgendwie nicht. Uncool. Oh, ich fall schon wieder... Ach ne, ist ja egal. Komm mir hoch. Ah! Oh, das ist so nervig, diese Leiter... Pisse. Oder nicht? Ja. Aber jetzt... Jetzt läuft das. Wo bist du denn runtergefallen? Bei dem Feuer da, oder? Jaja, aber du musst noch ganz zurück, oder nicht? Ja. Oh man, schon wieder willst du mich rollen? Ah, ich fall mal bei den Kakteen runter, ey. Aber wie schnell kommst du denn wieder zurück? Ich musste ja mal von ganz vorne, oder nicht? Ich auch. Ja, aber ich hab dich aber nicht gesehen, ich bin ja schon seit 5 Minuten. Weil ich den Anfang nicht mehr schaffe. Ich bin einmal wieder ganz durchgekommen, sonst bin ich immer hier bei dem Baum runtergefallen. Ja, das passiert mir auch gerade. Jetzt bin ich... Ich hab dich halt überholt wieder. Oh, scheiße. Ah, jetzt hab ich die überholt. Pisser. Ja. Oh, ne Taschenlampe. Dann geh mal, ey. Ja, das ist ja noch was, ja. So ne Taschenlampe. Fackel. Ich bin so blöd und mit diesem Baum... Das ist nicht schön. Nicht schön ist das. Ist es auch nicht. Ist es auch... Ist es auch nicht. Genau hoch! Mann, hallo. So ein Scheiß, ey. Oh Gott. Hopf. Hopf. Da oben! Ich knall da oben noch gegen. Auf Wasser, glaube ich. Oh Mann, wieso falle ich da runter? Puh, also äh... Schon mal ein Zwischenfazit. Diese Map hat ein sehr hohes Frustpotenzial. Komm da nie rüber. Komm, ich hab's ja fast geschafft. Nein, nicht runterfallen! Oh Mann. Ah, endlich, ey. Bist du rüber? Ja, über'n Baum. Ach so. Ey, wo, wo schwingst du denn? Ach so... Und hier ist Wasser? Okay, ich bin anscheinend durch. Sehr gut. Ja, ich hab's auch gleich. Vielleicht. Ne, doch nicht. Geht hier noch weiter. Nein, wieso falle ich hier immer runter? Es macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Ich bin gespannt, wie lange wir für diesen Mist brauchen. Was ist angegeben für ne Zeit im... Ich weiß, da steht, glaub ich, keine Zeit. Ist doch besser so, sonst werde ich mich, glaub ich, schlecht fühlen. Nein! Ah, diese Scheiß-Krom, das ist noch das Allerschwimmste. Das kommt gleich noch. Der Durchschnittsspieler benötigt für diese Map zwölf Minuten. Wir brauchen drei Stunden. Mindestens. Mindestens. Für die erste... Für die erste Aufgabe. Wo bist du denn? Bist du da schon... Nein! Ja, ist klar, Tim, ey. Du alter... Sprung-Noob. Musst du jetzt nicht wieder von vorne anfangen, wenn du da verkackst? Ne, da ist schon ne Leiter. Da kannst du dann wieder hoch. Mal gucken, ob ich irgendwo mal was beschleunige oder ob wir den ganzen Mist hier euch zeigen werden. Schauen wir mal. Wie lange ich hierfür noch drauf liegen müsste. Oh Gott. Ja! So, Feuer jetzt. Feuer. Ja, das Feuer hat mich runtergeschubst! Hä? Du musst dir anspringen, wenn er nicht schreit. Also... Er schreit doch gar nicht. Ja, im alten hat er ja geschrien, jetzt machst du es ja nicht mehr. Können wir noch ein paar Tipps geben, wie ich hier rüberkomme. Wo bist du denn jetzt? Auf'n Boden. Hahaha. Oh, man. Ja, sonst fliegt doch einfach rüber. Um Gottes Willen, ich muss das schaffen. Ich kann doch nicht schlechter sein als du. Ach ja, ich geh ja nochmal einkaufen und so, dann kannst du ja nochmal... Ich geh schonmal Silvester. Einkäufe, Fiki. Die Geschäfte haben wir jetzt nicht mehr auf. Ja, okay. Leck mich doch fett! Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um etwa... ...drei Stunden. Ja? Ja, ist klar. Ist klar, dieses... ...fett, äh... ...äh... ...äh... ...scheiß Spiel. So, jetzt. Kaktus, Kaktus, Kaktus. Ja! Okay, und wie soll ich das mit dem Feuer machen? Ich fall runter. Das gibt es nicht. Ich war schon auf dem... Äh, da war es genau anders rum. Kaktus hab ich irgendwie verkackt? Ne, Kaktus kein Problem. Auf Feuer bin ich... Kannst du mal rüberspringen? Kannst du mal rüberspringen? Kannst du mal rüberspringen? Ja, ich war auch schon auf dem... ...auf dem zweiten Kaktus drauf. Aber irgendwie hätte ich das Gefühl, ich müsste jetzt mal rüberspringen. Wolltest du mit dem zweiten Feuer, oder? Ja, auf dem zweiten Feuer war ich. Dann bin ich rückwärts runter. Haha. Ja, das ist ja... Feuer ist ja auch gefährlich. Eben. Wolltest du mit dem zweiten Feuer, oder? Jetzt falle ich noch runter, weil ich brenne, weil ich in die Lava gelaufen bin. Nö. Äh, Julian, vielen Dank für das Aufsuchen dieser Map. Die macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, du hast noch mehr von solchen Leveln auf dem Lager. Haha. Vielleicht wo diese Map im Prinzip dieselbe ist, nur zusätzlich noch Pfeile von überall kommen und Hunde uns angreifen. Hunde? Und zusätzlich Zombies und Creeper auf uns zu laufen und explodieren. Das gibt's, ja. Da wäre ich... Das fände ich gut. Das ist mir ein bisschen zu lasch. Ich zahle ich wieder runter, ne? So, ich bin wieder beim Wasser. Und nach Wasser, wie wir alle wissen, kommt... Der Boden. Hahaha. Oh, Mann. So, ich bitte um Ruhe. Ich bin jetzt wieder am Wasserteil. Und, ähm, ich bräuchte jetzt vollste Konzentration. Also, bitte. Mhm. Ja, stell mir vor, da wäre... Lava. Ruhe, bitte. Bitte Ruhe. Fick dich! Entschuldigung. So, lauf, 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 lauf. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil. Geil, Loma. So, Wasser. Die Wasserrutsche. Ich klettere. Die Wasserrutsche. So. Oh, Mann, echt geil. Okay. Feuer. Ja!